Du hast Lust zu erraten, welcher Duft sich hier unter dem Plakat befindet. Dann zieh doch mal ab hier. Wir schauen, ob du es beim ersten Mal errätst. Lila? Ja, ne Idee? Noch gar nicht. Lila, ja. Lila, Lila. Ich meine, das ist ein Parfüm von Alien. Aber der genaue Name, den weiß ich nicht. Das Lila auf jeden Fall. Wollen wir das gelten lassen, Regie? Ja, das ist nämlich Alien von Mugla. Und damit hast du 50 Euro für unseren Plakoni-Shop gewonnen. Ah, dankeschön. Oh. Was könnte das sein? Ich würde sagen, eventuell Chanel. Es ist nicht Chanel. Es ist Gucci. Auch nicht. Oh, ne, mir fällt es einfach nicht an. Aber du hast es schon mal gesehen. Ja. Taditada. Ach ja, natürlich. Marc Jacobs, Daisy. Richtig. Glückwunsch dir deinem 20 Euro Plakoni-Gutschein. Super, dankeschön. Einen Versuch hast du noch. Wenn es da nicht ist, bekommst du immer einen kleinen Trostpreis. Komm, streue dich an. Labelle? Nee. Nein. Tö, tö. Opium. Nein. Es gibt einen kleinen Trostpreis. Danke. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.